Vom 12. bis zum 14. März 2024 ist Sylt nicht mit den Autozügen erreichbar. In einem letzten Schritt wird das neue elektronische Stellwerk in Westerland in dieser Zeit in Betrieb genommen. Während des Softwarewechsels ist kein Autozugverkehr möglich. Reisende, die mit dem PKW unterwegs sind und Frachtfahrten, sind nur mit der Syltfähre möglich. Personenzüge werden auf Sylt durch Busse ersetzt. Inwieweit Zugfahrten bis Nibel oder Klangsbüll möglich sind, dazu hat sich die DB noch nicht festgelegt. Reisende sollten sich vor der Fahrt gut informieren oder direkt die Syltfähre buchen.